Hallo und herzlich willkommen zum großen Finale der Videogame Olympics mit Brian Jax, Ushimata. Ja, es geht um Judo. Das ist kein Witz. Wir machen Judo. Wir sind der Weiße übrigens. Ich kann mal eben kurz was zeigen, was man nicht machen sollte. Wenn ihr links macht, macht ihr den Hanzukamake. Und der bekannte Faustschlag ist bekanntermaßen im Judo nicht so gern gesehen. Überrascht wahrscheinlich. So, das heißt, das nicht machen. Und alles andere gucken wir mal, was ich noch irgendwie weiß. Blocken. Nein, natürlich nicht. Da kann man natürlich nicht blocken. Das wäre natürlich... Na, komm. Es gibt also zu jeder Aktion natürlich auch einen Konter. Und das war der Richtige. Das war scheiße. So. Ich glaube, ich verliere gerade hier bodenlos. Also, wenn ihr die Sachen seht in der Ausführung, dann könnt ihr sie auch dementsprechend unterbinden. Also, so. Das war natürlich gekonnt. So, natürlich nicht. So. Ärgerlich. Aber wir kriegen das schon hin. Und der Ushimata ist, glaube ich, dieser Vollschulter-Gedönswurf. Ich kenne mich da nicht so aus, aber... Ich weiß ja, das war ja schon beeindruckend, dass ich irgendwo gesehen habe, dass man jetzt im Judo auch mit Aufgabe gewinnen kann. Das fand ich sehr beeindruckend. Das tut diesem Sport... Äh... So. Kleiner Beinfeger. So. Den blocken wir so. Also, den... Äh... So. Genau. Den blockt ihr. Genau. Wenn ihr dann auch... Auch da... Schön! Gewonnen! Super! Es gibt hier also wirklich so eine Art Weltmeisterschaft. Das heißt, wenn ihr... Irgendwann mal... Wisst... Na, komm. Hä? Hab ich... Nein! Mist! Das falsch! Nicht machen! Mache nicht! Mache nicht! Wasche! Und... Ne? Die ganzen Gags aus Karate-Kit und egal welche Teile. Mal mittlerweile am R5. Den vierten muss ich mir übrigens immer noch angucken. Nur so mal vielleicht, für die das interessiert. Den hab ich bis heute noch nicht richtig gesehen. Aber gut. So. Dann... Äh... Na? Ach, ärgerlich. So. Blocken. Ha! Ja, das war natürlich dämlich. Wenn ihr einen Faustschlag abkriegt, seid ihr natürlich auch gleich eine Runde weiter. Ist klar. Na, komm. Es gibt hier also auch, wie ihr es schon seht, dieses bekannte Punkt-System. Wo sie wahrscheinlich richtige Judo-Kar richtig auskennen. Bin mal gespannt, wenn Leute das wirklich sehen, ob die sagen, das hat mit der Wirklichkeit was zu tun. Und auch so, wie die Moves ansetzen. Boah, das ist ein bisschen hier... Ich wollte schon sagen, das hat so ein bisschen was von Let's Dance eher. Ähm... Ja, komm. Ärgerlich. Na, hat er gewonnen. Na, komm. Eine Runde machen wir noch. Ich will euch doch mal was zeigen, was man noch so kann. Also, es ist ganz witzig, das Game. Und wenn man, ähm... Die Steuerung mal begriffen hat, weil... Ja. Okay, ich mach doch noch eine Runde. Das, wie schon gesagt, nicht machen. Hahaha. Dann kann man auch relativ einfach die Moves hinhaben. Und wenn ihr da die, ähm... Ich sag mal, die Würfe einigermaßen drauf habt. So, verdumpft. Der war zu spät. Äh... Schön. So, man kann natürlich auch, wenn man ein Schwein ist, über die Zeit gehen, aber... Ah, da war übrigens der komplett... Habt ihr gesehen, ne? Da war der Ansatz zum Ushimata. Da hättet ihr ihn mal sehen können. Ah? Ah! Wisst ihr was? Nerunabi noch. Das kann ja nie wahr sein. Ah! Das ist nicht Boxen. Das ist nicht Frank Brumus Boxing oder Barry McGinnon und was wir da alles noch hatten. Damals. Fight Night fällt mir auch noch ein. Äh, so. Äh, komm, komm, mein Freund. Und... Äh... Ach, komm. Äh... Äh... Ach, wie ärgerlich. Naja, komm, 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 komm. Äh... Jetzt hab ich aber... Jetzt hab ich aber die Serie. Jetzt krieg ich aber gar keinen. Ihr seht das übrigens, wenn bei euch dann das Licht leuchtet, dann habt ihr genau die Chance, was zu tun. Oh! Den haben wir noch gar nicht gesehen heute. Ach. Jetzt hat er gleich gewonnen. Schön. Gut. Ich kann nicht viel, aber den kann ich anscheinend. So. Äh, war zu spät. Also der eine ist dementsprechend der... Genau. Dann macht ihr dementsprechend nach hinten. Und einen macht ihr nach rechts. Und einen blockt ihr mit unten. Das ist eigentlich... Wenn man sie erkennt im Ansatz, ist das eigentlich relativ einfach, wie man sieht. Ja, da haben wir ihn ein bisschen verärgert und dann wird er sauer. Tja. Schon sind wir in der nächsten Runde. Also irgendwann steht dann auch Viertelfinale, Halbfinale und... Also dann kriegt man auch wirklich, ähm... Ich glaub, dann geht's nach dann... Nach dann... Titeln weiter. Wenn er mal irgendwie wirklich, ähm... Ja, jetzt wär er bei ihr mal richtig gebischt. Puh, schön. Na? Na, ihr seht. Die setzen gern natürlich den, äh... Finalen Move gerne an. Ja. Und ich mach das auch. Wisst ihr was? Ich seh das als kleinen, kleinen Zeichen. Ich guck mal eben kurz, ob die Demonstration vielleicht die Moves sind. Das zeigt, das wäre noch ganz schön als kleinen Rausschmeißer. Auf jeden Fall war das jetzt das, ähm... Videogame-Olympics-Special. Mit drei C64-Games in der englischen Fassung gibt's eben wie schon die Beat the Score-Challenge. Ich werde die restlichen Beat the Score-Sachen auch nochmal einfach in die Playlist packen. Dann, äh... Könnt ihr euch da austoben. Wie gesagt, ihr könnt gerne Videoantworten schicken. Dafür ist das da. So, ich warte jetzt mal eben noch eine Sekunde, ob sich da irgendwas tut. Wenn sich da nichts tut. Die Musik ist auch so eine Geschichte, die bleibt konstant, ja. Da tut sich nichts. Das ist kein Witz. So, ich guck mal. Ich dräng mal einfach... So, ich guck mal. So, ich guck mal einfach...